So, guten Morgen, guten Morgen, Dirk Schreckenbach, Dr. Dirk Schreckenbach. Ich hatte euch ja versprochen, erinnert ihr euch, ich habe den Film 166 gemacht, der hieß Gelenkeallergie, was zähnet ihr antun? Ihr findet den in der Reihe, da hat nämlich der Cornelius, der auch so heißt wie ich, hat er einen Zahn reingesetzt, einen großen, dicken Zahn und der Zahn macht Hey. Hey, dieses Hey ist noch sehr, sehr freundlich, denn wenn der Zahn mit dir redet, ist es meistens keine gute Sache. Das heißt, der Zahn macht sich bemerkbar und insofern ist es doch eine gute Sache, weil wir können von Glück reden, wenn ein Zahn sich bemerkbar macht, der stört. Und hier genau ist unser Thema, weshalb Zahnstörherde so oft übersehen werden. Sie tun einfach nicht weh und man sieht sie im Röntgenbild nicht wirklich. Und hier haben wir jetzt zugeschaltet, Dr. Dirk Schreckenbach, der über Jahrzehnte Erfahrung mit diesem Thema hat und er hat in seiner Praxis so viel Zulauf gehabt, jetzt ist er leider gerade nicht mehr in Deutschland, er hat so viel Zulauf gehabt, dass ich immer extra anrufen musste, um einen Termin für Patienten zu bekommen. Und ich konnte ganz sicher sein, wenn ich ihm sage, pass mal auf, Dirk, hier muss in dieser Ecke, da unten, da ist was, da finde ich was, kannst du bitte mal gucken, ob da was da ist. Dann hat er was gefunden und unsere gemeinsame, und unsere gemeinsame, wirklich so unsere gemeinsame intensive Erfahrung oder von meiner Seite aus die intensive Erfahrung, bevor er sich gleich noch selber vorstellt, so als Intro, ich sitze in einem Café und ich lese was, da gehe ich oft hin, für unangenehme Dinge zu lesen und ich nehme den ersten Schluck und ein Zahn in meinem Kiefer hier macht, boom, es ist, als würde eine Explosion in meinem Kopf stattfinden. Und ich dachte mir schon, stopp, ich habe hier eine Pulpitis, er hat mir Eis geben lassen und dann gucke ich auf die Uhr, zu wem kann ich gehen, es war fünf. Fünf Uhr, das sind Zahnärzte normalerweise weg. Ich rufe Dirk an, privat, ich sage, pass auf Dirk, ich habe das. Ich komme jetzt zu dir, sofern ich noch bei klarem Bewusstsein ein Auto fahren kann. Ich komme zu ihm in die Praxis, er bohrt den Zahn auf, es war leicht zu finden, weil er wehtat. Und ich konnte dann wieder schlafen, ich hatte die Geschichte erzählt, im Film 166, im Film 166, dass ich drei Monate nicht schlafen konnte, von zwei bis fünf Uhr nachts konnte ich nicht schlafen. Ich hatte das schon, im Film 166 hatte ich das schon erzählt, dass ich tatsächlich mal drei lange, schmerzhafte Monate nicht schlafen konnte. Ich wusste, wenn ich ins Bett gehe, um zwei Uhr nachts bin ich wieder wach, ich bin um fünf Uhr erst wieder eingeschlafen, am nächsten Tag hatte ich Praxis und hatte zwei kleine Kinder und ich glaube, ich war damals auch der Hauptmitverdiener. Es war grauenhaft, ich wollte gar nicht mehr schlafen. Er bohrt an, ich schlafe wieder richtig, am nächsten Tag gehe ich zu ihm hin und sage, hey Dirk, ich kann wieder schlafen. Und er so, wer hat denn die Karten mit den Zähnen in der Praxis hängen und deutet auf seine eigene Karte. Und interessant ist, dass eine Kollegin mir sechs Monate vorher, Achtung, und das ist wichtig für das, was jetzt Dr. Dirk sagt, eine Kollegin hatte mir sechs Monate vorher in Berlin, da hatten wir einen Anflug von Vernunft und haben uns gegenseitig mal untersucht, die hatte mir sechs Monate vorher gesagt, hämmert zu, da ist ein Zahn und der stört. Und ich dachte, naja, man kann sich ja auch mal irren. Ich habe ja nichts gemerkt, der Zahn hatte eine Krone drauf und hat mir ja sonst nichts gemacht. Aber dann fing er an, nach dem Motto, steht er trockend, höhlt den Stein oder lässt das Fass zum Überlaufen bringen. Und Dirk Schreckenbach habe ich jetzt hier. Wo bist du zugeschaltet, Dirk, von wo bist du gerade? Ich bin gerade in Holland und bin gerade hier auf dem Wege mit dir. Danke dir erstmal ganz herzlich für deine Einladung, liebe Beate. Ich bin, dass du da bist. Ich musste warten, bis er aus den USA zurückkam. Er ist im Moment in der ganzen Welt unterwegs. Gute Leute sind halt unterwegs. Und wenn man ihn sehen will, dann geht man nach Baden-Baden, nach Freudenstadt. Das sind die naturheilkundlichen Ärztewochen. Und ihr glaubt es nicht, dort sprechen die Experten. Das heißt zum Beispiel die Professoren, die sich in den einzelnen Themen, zum Beispiel Endokrinologie, Naturheilkundliche Hormone, die sprechen dort. Warum? Weil man ihnen dort zuhört. So, und wenn man Dirk Schreckenbach erwähnt, dann weiß man schon, ah ja, Schreckenbach, den kennen wir. Dirk, stell dich doch bitte vor, was ist deine Karriere gewesen? Wie kamst du überhaupt zu dem ganzen naturheilkundlichen Kram? Und bevor ich dir das Wort gebe, muss ich auch eine Sache sagen. Mein Großvater war Zahnarzt und ich habe leider so eine eigene lange Zahnarztgeschichte. Und ich habe nur zwei Menschen kennengelernt, zwei Zahnärzte, die die zarten, sanften Hände und die Gründlichkeit hatten, die mein Großvater hatte. Ich habe noch ein altes Bild gesehen, da steht er an seinem Stuhl und tritt noch mit den Pumpfüßen, um den Bohrer anzutreiben. Zum Glück hatte ich damals noch keine großen Zahnprobleme. Und das, er ist einer von denen. Also er geht gründlich und tief rein und du merkst, dass eigentlich nicht so eine leichte Hand hat er. Tja, ich kann gar keine Werbung für dich machen, weil hier in Deutschland kann man dich nicht mehr erreichen. Du bist dran. Danke, liebe Beate, für die Blumen. Ja, also ich war in Baden-Baden, wie du gerade gesagt hast, auf dem Kongress jetzt, auf der Medizinischen Woche, jetzt gerade ein paar Tage her, habe da auch gesprochen. Es ging um das Thema Angst und Zähne, war auch sehr interessant. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Es fing an im Grunde genommen schon während des Studiums. Ich hatte in einer Wohngemeinschaft gewohnt und ein Kollege von mir hat gesagt, du, ich habe hier einen Kurs über Homöopathie, geh doch mal mit. Und da meine Großeltern schon immer mit diesen kleinen weißen Kügelchen gearbeitet haben, habe ich gedacht, das wird doch mal stimmt mal interessant, da gehst du mal hin. Und da hatten wir einen alten Kollegen aus Trier und das war der Herr Wolf, soweit ich mich entsinne, er lebt leider nicht mehr. Der hat diese Homöopathie in einer Art und Weise rübergebracht, dass ich gesagt habe, wow, das kann ja nicht anders wie funktionieren. Ich meine, ich hatte ja, wie gesagt, schon als Kind Erfahrung damit, aber nun auch nochmal so aus dem medizinischen Bereich, war einfach wunderbar. So, da fing es an. Dann hatte ich, da kann ich, liebe Beate, noch nicht, aber da hatte ich auch einen anderen Kollegen, der gesagt hat, du, ich habe hier Mundakupunktur nach Gleditsch. Und da habe ich gedacht, was ist das denn? Okay, gehst du mal hin. Und das war auch hochinteressant. Und dann, ich habe 1986 meine Praxis eröffnet, war 1987 das erste Mal in Baden-Baden. Und komme in einen Raum, da saßen ungefähr 200, 250 Zahnärzte und Ärzte. Und da sprach jemand über den Eckzahn und die Verbindung zum Auge. Und da habe ich mir gedacht, geh sofort wieder raus, was ist denn das für ein Bullshit? Entschuldigung, wenn ich da diese harte Aussprache verwende. Aber auch diese Argumentation von dem Kollegen war so schlüssig, dass ich gesagt habe, wow, komm, mach dir erstmal, wie meine Mutter immer zu mir gesagt hat, wenn du was ablehnst, probier es wenigstens beim Essen. Ja, Junge. Und da habe ich mir gedacht, okay, nimmst du das mal zu Herzen, bleibst mal sitzen. Und ich muss sagen, seitdem hat dieser, ich will jetzt nicht auf Einzelleiten eingehen, aber ich benenne es mal als medizinischer Virus, hat mich gepackt. Und ich habe gedacht, wow, also wenn das so ist, dann musst du dich da mehr mit beschäftigen. Also war ich schon im ersten Kurs für Elektroakupunktur nach Doktor Voll. Da war auch Homöopathie gefragt und so weiter und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe meinen Examen 83 gemacht, war dann als Assistentenzeit ein Jahr in der Kieferchirurgie. Habe dann meine Assistentenzeit abgedient, war bei der Bundeswehr und habe dann 86 meine Praxis aufgemacht. Und ab 87 habe ich mich halt weitergebildet in Naturheilverfahren. Dann kam das, was immer kommt, wenn man als Zahnarzt ganzheitlich therapiert. Da gibt es nette Kollegen, die dann kommen und sagen, also jetzt ausgenommen Beate, aber die dann kommen und sagen, warum therapieren Sie an der Leber? Das ist mein, mein Gebiet, das ist meine, ich bin der Internist. Und da habe ich gesagt, ich habe die Leber therapiert, ich habe das, den Eckzahn therapiert. Und der Eckzahn ist verknüpft mit der Leber und da habe ich Lebertropfen gegeben, um den Eckzahn zu beruhigen, weil diese beiden Sachen miteinander verknüpft sind. Das hat er nicht verstanden. Und dann habe ich auf einer nächsten Fortbildung einen Zahnarztkollegen kennengelernt, der gesagt hat, wenn du dem Ganzen aus dem Gehich gehen willst, dann machst du einfach den Heilpraktiker. Dann darfst du auch allgemeinmedizinisch behandeln. Das habe ich dann auch gemacht. Also bin ich seit 1992 auch Heilpraktiker. Und damit war das Thema auch durch. Das heißt also, ich habe auch nebenher noch, um es genauer zu sagen, auch Medizin studiert. Ich wollte mal meinem ersten großen Mentor folgen, dem Professor Freitag an der Universitätsklinik hier in der Kieferchirurgie. Aber nachdem ich gesehen hatte, dass er 60 Prozent seiner Zeit am Schreibtisch verbringt und nur 40 Prozent seiner Zeit am Patient, habe ich gesagt, das ist nichts für mich. Ich möchte Patienten behandeln und zwar so, wie ich es will. Und darum habe ich dann diese Schiene verlassen. Ich habe also dann eben halt nur das Examen für Zahnmedizin gemacht. Und so bin ich dann eben halt über die Jahre vom Schüler ab 1987 in Baden-Baden dann, ich würde mal sagen, so ab 2000 zum Lehrer geworden. Ich bin also seitdem auch in Baden-Baden immer noch. Und es geht auch in Freudenstadt beim Zentralverband der Ärzte für Naturheilverfahren, gebe da auch Kurse. Ja, und das ist so meine berufliche Geschichte erst einmal. Wir haben ja zusammen schon ein intensives Erlebnis gehabt. Ich hatte ja erwähnt, du hast meinen Zahn dort auch gemacht. Und was passiert? Zwei Tage später ruft er mich an und sagt, gehst du mit mir zur Fliege? Fliege kannte ich damals noch nicht, aber vielleicht einige von den Älteren zuhören, werden ihn kennen. Er hat uns einen Pfarrer, der immer wieder sehr geschickt schwierige Themen unter das Volk gebracht hat, übers Fernsehen. Dann sagst du mir, ach nee, mach ich nicht. Praxis zumachen. Aber dann stopp, 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 der hat was für dich getan. Du musst auch was für ihn tun. Wir sind also da zusammen hingefahren und ich habe gedacht, okay, die setzen sich jetzt da. Ich setze mich jetzt da in die erste Reihe. Patient, was ist passiert? Wie geht es Ihnen? Blablablub. Und dann bin ich fertig. Nein, man hat mich an den ersten Talkgastplatz gesetzt. Und Fliege hatte Spaß daran, mich vorzuführen, dass ich, die ich mit Zähnen mich auskenne, selber bei mir nicht gemerkt hätte, dass es das wäre. Auf alle Fälle, Dirk Schreckenbach war mit dabei und er erzählte von einem Ereignis in der Praxis, wo er noch junger Zahnarzt war. Und dieses Ereignis, das hat ihn so erschrocken und letztendlich, glaube ich, auch seinen Weg nochmal gebahnt. Und das war eine alte Dame, die nach der Behandlung des Eckzahns plötzlich nichts mehr sehen konnte. Willst du das vielleicht mal erzählen? Ja, also ich hatte eine ältere Dame bei mir, die kam wegen, hatte nur noch wenige Zähne, darunter auch einen kariösen, also einen Zahn mit einem Karies, einen Eckzahn. War Brillenträgerin und ich habe sie gebeten, die Brille abzusetzen. Eine Spritze gemacht an dem Eckzahn, damit sie keine Schmerzen hat beim Bohren. Wir haben den Zahn behandelt, es war alles wunderbar. Sie setzt die Brille wieder auf und sagt auf einmal, sagen Sie mal, ich sehe auf einmal so schlecht. Und ich sage, wie, Sie sehen so schlecht? Ja, sagt sie, auf der Seite, wo Sie da den Zahn behandelt haben, das Auge, das macht ganz, also ich sehe kaum noch was. Und dann habe ich gesagt, okay, das kann natürlich eine Nebenwirkung sein von der Spritze. Wir warten mal ab. Bleiben Sie mal einfach im Wartezimmer sitzen und wir warten mal, bis die Spritze aufgehört hat. Und dann sehen wir weiter. Gut, die Spritze ließ nach. Sie sagt, ja, es wird langsam besser. Okay. Sie kam wieder und ein paar Tage später, weil das Loch war sehr, sehr tief. Ich war also sehr, sehr dicht am Nerv und musste also den Zahn nochmal wieder eröffnen und habe gesagt, also das tut mir leid, den Zahn können wir nicht mehr retten. Den müssen wir entweder, das ist Ihre Entscheidung mit, müssen wir entweder Wurzel behandeln. Habe ihr dann die ganzen Nachteile der Wurzelbehandlung aufgeführt. Können wir noch gerne darüber sprechen, wenn Beate das möchte. Und habe dann gesagt, okay, also am besten wäre es, ich würde den Zahn entfernen. Und dann habe ich gesagt, nachdem sie wieder gesagt hat, lassen Sie mich nochmal nach der Spritze nochmal mit der Brille probieren. Und dann war wieder das Auge schlechter. Dann habe ich gesagt, also ich bin nicht der Meinung, dass es die Spritze ist, sondern ich bin der Meinung, dass das der Zahn ist. Sie erinnern sich, gerade habe ich darüber gesprochen, über den ersten Vortrag, den ich erlebt habe. Bei Eckzahn, Leber und Auge. Das Auge ist das Sinnesorgan, was zur Leber und zum Eckzahn gehört. Und ich habe gesagt, ich würde Ihnen dringend empfehlen, wenn wir den Zahn jetzt entfernt haben, zum Optiker zu gehen und das Auge überprüfen zu lassen. Gesagt, getan. Die Zahn wurde entfernt. Das Auge blieb mit der Brille schlecht. Und sie rief mich ganz aufgeregt am Nachmittag an, war am Vormittag, und sagte, Sie hatten recht, Sie hatten recht, Sie hatten recht. Dann habe ich gesagt, wie, was, wie, was? Langsam, wie hatte ich recht? Dann sagte sie, ich war gerade beim Optiker. Und ich habe ja auf dem einen Auge, ich weiß nicht mehr, was es war, es waren so um die fünf Dioptrien, positiv. Also ich bin weitsichtig. Und jetzt habe ich nur noch drei. Also war der Zahn schon, weil er ja einen tiefen Karies hatte, schon längere Zeit ein sogenannter Fokus, ein stiller Herd. Hatte ihr nicht wehgetan bis zu dem Tag, wo sie dann eben, oder am Tag vorher, wo er angefangen hat, wehzutun. Also war dieser Zahn schon die Ursache dafür, dass das Auge mitreagiert hat. Und nachdem dieser schuldige Zahn, in Anführungsstrichen, schuldig entfernt war, wurde das Auge besser. Also einfach mal wahrnehmen, was alles von Zähnen ausgehen kann und nicht gleich, ja. Also was du nicht gesagt hast, ist, wenn ein Auge besser wird, dann kann man mit der bisherigen Brille halt nichts mehr sehen. Ja, genau. Ob den du da erlebt hast, du hast wahrscheinlich alles durchgespielt. Nicht mein Notfallkoffer, trägt das meine Haftpflichtversicherung, was habe ich ihr angetan, vielleicht wird sie blind. Das wollte ich nur dazusetzen. Ja, genau. Hast du noch mehr solchen eindrücklichen Erlebnissen? Ja, und das ist ja das Schöne, dass ich natürlich, das war so für mich so die Initialzündung, dass ich gewusst habe, dass das, was ich lerne, also Elektroakupunktur nach voll, Homöopathie, Akupunktur, dass das alles seine Berechtigung hat. Und zwar kam ein junger Mann zu mir, der wurde mir geschickt von einem Kollegen, den ich auf einem Seminar kennengelernt hatte. Der Kollege kam aus Trier. Der junge Mann hatte seit Jahren Schwierigkeiten mit dem Verdauungssystem. Meistens Dünndarm, aber auch Magen gehörte mit dazu, aber auch Dickdarm. Also es war so ein Multikulti-Ding. Gingen sie in Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, das sind so entzündliche Darmerkrankungen, die sehr unschön sind, kam zu mir. Und der Kollege sagte mir, bitte gucken Sie doch mal, ob da nicht ein Zahn eventuell die Ursache sein könnte. Und wir haben geguckt und tatsächlich war ein Zahn, und zwar der obere fünfte Zahn, von der Mitte aus gezählt, der fünfte Zahn. Das sind die Zähne, die gehören zum sogenannten Lunge- und Dickdarm-Meridiansystem. Und der war wurzelbehandelt und war auf dem Röntgenbild aber unauffällig. Gut, ich habe ihn an die Testmaschine gesetzt, an die Elektroakupunktur nach voll. Und ich bekam als Medikament, kann man in dem Fall nicht sagen, das ist eine sogenannte Nosode. Eine Nosode ist ein Medikament, was aus einer Krankheit gewonnen wird. Wenn ich die Nosode-Kolibakterien eingesetzt habe in den Messkreis, wurde das Messergebnis positiv. Homöopathisiert. Homöopathisiert, genau. Selbstverständlich. Ja, ja, sterilisiert, homöopathisiert, alles wunderbar. Also ich habe das nicht am Menschen selber gemacht, sondern im Messkreis mit drin. Okay. Also war mir klar, der Zahn ist beherdet mit Kolibakterien. Ja, wie kommen jetzt nun Kolibakterien in den Mund? Das ist ja nicht der Standort, wo Kolibakterien sind. Kolibakterien gehören in den Darm. Also habe ich gesagt, okay, ich mache Probe auf das Exempel. Ich habe dann den Zahn weitestgehend so entfernt, also nicht weitestgehend, ich habe den Zahn entfernt, aber weitestgehend so entfernt, dass ich mit der Spucke im Mund nicht in Kontakt komme, habe ihn persönlich an die mikrobiologische Abteilung der Uniklinik in Homburg gefahren und habe gebeten, den Zahn auf Mikro, also Mikroben zu untersuchen. Und dann hat mich dann der Oberarzt da empfangen und hat gesagt, was wollen Sie denn da finden, Herr Kollege? Da finden Sie die Mundbakterien. Er hat gesagt, ja, ich möchte aber, dass Sie es trotzdem untersuchen. Ich möchte, dass Sie alle Bakterien untersuchen, die Sauerstoff, die mit Sauerstoff leben, die ohne Sauerstoff leben. Man sagt dazu Aerobe- und Anaerobe-Bakterien. Und sagen Sie mir dann bitte Bescheid, wie Ihr Ergebnis ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Nach drei Tagen rief der Oberarzt an. Und bevor er was sagen konnte, ich sage, geben Sie es zu, Sie haben Kolibakterien gefunden. Und Stille am Telefon. Und er sagte, woher wissen Sie das? Dann habe ich gesagt, ja, das habe ich ausgetestet. Ja, wie? Ausgetestet? Ich sage, ja, es gibt Testverfahren, mit denen man das austesten kann. Hm, hört sich interessant an. Und das war es aber auch schon. Ich habe dann den Befund bekommen. Gut, zurück zu dem Patienten, der fuhr nach Hause, nachdem der Zahn entfernt war. Und der Kollege rief mich zwei Tage später an und sagte mir, der Patient hatte noch an dem Tag der Zahnentfernung einen ziemlich heftigen Durchmarsch. Und seitdem wäre sein Darm in Ordnung. Und das blieb auch so. Das heißt also, es war alles wunderbar. Das Interessante ist aber, es kommt noch dazu. Er hatte nicht nur diese Darmgeschichte, sondern nachdem ich ihm die Spritze gemacht hatte für die Entfernung des Zahnes, sagte er zu mir, als ich wieder reinkam, nachdem die Spritze gewirkt hat, hallo Doktor. Und ich habe erst mal gedacht, er hat auch wie mit dem Auge, mit der Brille, irgendeine Nebenwirkung vielleicht von der Spritze. Nein, nein. Er sagte zu mir, ich habe ein Schulter-Arm-Syndrom. Ja, wer erzählt seinem Zahnarzt schon, dass er ein Schulter-Arm-Syndrom hat? Das fragen wir normalerweise ja auch nicht. Und er sagte, seitdem wir die Spritze gemacht haben, ist das weg. Und dann, sollen wir das mal ausprobieren? Kam er selber drauf. Und ich sagte, ja, von mir aus gerne. Ich sage, ich mache den Zahn jetzt raus, wir setzen uns ins Wartezimmer und wir warten, bis die Spritze aufgehört hat. Die Spritze hörte auf. Die Schulter ging wieder nur bis dahin. Ich habe dann noch mal Neuraltherapie gemacht an die frische Wunde. Der Arm ging wieder hoch und alles war gut. Also das heißt, der Dickdarm-Meridian-System, der geht hier am Zeigefinger geht der los und geht über den Tennis-Ellebogen über die Schulter zum Zahn. Also, lange Rede, kurzer Sinn, auch da wieder. Darm war gut, Schulter war nie wieder ein Thema. Also auch da Meridian-Verlauf beachten. Und das war einfach, das sind meine Initialerlebnisse gewesen für die ganzheitliche Zahnmedizin. Jetzt überfalle ich dich mit einer kritischen Frage. Ja, bitte. Es ist unbestritten, dass Zähne den ganzen Menschen die Gesundheit versauen können. Und zwar ein einziger kann das machen. Ja. Wie kann es sein, was ist dein philosophischer Gedanke? Wie kann es sein, dass sowas passiert? Und mir ist es ja öfter passiert. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich Kollegen beibringe, wie man das rausfindet. Dann passiert es ihnen auch. Dann haben sie diese eigene Erfahrung auch. So nach dem Motto, du musst ja auch wissen, das ist wirklich da. Und jetzt spür das auch mal. Wie kann es sein, dass ein Sechser zum Beispiel, wie bei mir, schuldearm macht, wie du es eben erwähnt hast, und das den ganzen Sommer lang und ich keine Ahnung davon habe. Wie kann es sein, dass ein Vorgang im Körper so versteckt ist, dass Ruhe dort oben ist und der Mensch rennt jahrelang von Arzt zu Arzt. Wie stellst du dir das vor? Wie stellst du dir das vor? Warum hat die Natur, die ja sonst eher vernunftsbegabt agiert, unser Kopf ist oben, weil die Augen oben sind zur Orientierung, die Ohren sind oben, okay, die Kieferhüllen sind immer noch oben, auch von anstelle unten, damit der Schmodder abläuft. Wir müssen also irgendwann mal schon auch auf allen Tieren gelaufen sein. Und das Kreuzbein ist auch von oben eingesetzt, also es passt noch nicht so ganz. Aber ansonsten ist das doch alles vernünftig. Hast du da eine Idee? Warum kann das sein, dass Menschen jahrelang gequält werden, ohne dass es bekannt ist, dass man Methoden hat, dranzukommen? Warum macht sich ein Zahn nicht einfach gleich bemerkbar? Hallo, ich tue weh, mach mich raus. Was hast du da für Gedanken? Weil das ist was, das treibt mich um. Und ich sage immer, wenn ich den Herrgott mal treffe, dann werde ich ihn genau das fragen. Ich werde ihn übrigens auch fragen, wieso er mindestens zehn Reflexzonen am Körper installiert hat, an den Händen, an den Füßen, im Mund, an den Ohren. Vielleicht sagt er, ich muss irgendwie noch 20.000 Jahre sitzen, ich muss mich auch amüsieren können. Aber vielleicht hast du noch eine Idee. Also ich habe da verschiedene Ideen dazu. Einmal ist es so, dass, wenn wir zum Beispiel mal den Darm betrachten, der Darm ist ja auch sehr stark mit Nerven versorgt, mit sehr feinen Nerven. Wenn diese Nerven alle melden würden, was da im Darm bei der Verdauung los ist, müssten wir uns nach jeder Mahlzeit auf dem Boden krümmen. Das tun wir nicht, weil diese Schmerzsensoren im Darm, ja, die Schmerzsensoren im Darm sind auch viele zwar da, aber sie reagieren eben halt nicht auf eine normale Tätigkeit. Ja, so. Das ist jetzt zwar ein bisschen, vielleicht ein komisches Beispiel, aber einfach, um das zu verstehen. Dann das Gehirn zum Beispiel selber auch. Wenn ich also ein Loch in den Kopf reinmache und piekse ins Gehirn rein, das tut nicht weh. Also das Gehirn. Wenn ich das Loch reinmache, tut schon weh, aber das Gehirn tut nicht weh. Der Zahn ist nun sehr massiv innerviert, also das heißt mit Nerven versorgt und er hat verschiedene Nerven. Er hat einmal den Nerv, der innen drin ist und er hat viele Nerven um die Wurzel drumherum, die zum Beispiel das Gehirn informieren über die Bewegung des Zahnes oder über die Stellung des Zahnes. Das ist eine sehr, sehr feine, taktile Geschichte. Nun muss man wissen, dass das Grundsystem, das ist das System, durch das unsere Zellen ernährt werden. Das ist ein Gewebe, was überall im Körper vorkommt. Das wird eben halt natürlich durch unsere Ernährung ernährt und ernährt wiederum die Zellen und nimmt auch von den Zellen Schlackestoffe auf, um die abzutransportieren und über das Lymphe-System abzugeben. Dieses System ist überall gleich. Ob das nun im Zahnnerv ist, man achtet darauf, oder eben mal dem kleinen Zeh oder im Gehirn oder in der Verdauung ist überall dieses Grundsystem, übrigens hat das Professor Pischinger entdeckt, nur mal so nebenbei, ist überall das Gleiche. So, meine Erfahrung ist genau wie deine. Tote oder beherdete Zähne tun in der Regel überhaupt nicht weh. Das ist der Grund, warum viele Patienten bei dir und auch bei mir gesagt haben, wieso wollen sie mir den Zahn da rausnehmen oder wie soll ich mir den Zahn rausnehmen lassen? Der macht ja überhaupt keine Schmerzen. Die Natur ist so ein bisschen tricky, sage ich einmal. Wenn jede Art von Störung einen Schmerz auslösen würde, wie gesagt, dann ist das wie beim Darm, dann würden wir nur schreiend da rumlaufen. Das ist einfach so. Das heißt also, der Körper hat auf chronische Reize, reagiert er erst mal dumpf und er reagiert erst mal als Regulation. Das Regulationssystem von uns ist sehr, sehr ausführlich und sehr, sehr schön, hat aber auch Nachteile. Und der Nachteil ist eben halt diese stillen Entzündungen, Silent Inflammation, die reagieren auf Nervenzellen nicht akut. Das heißt also, diese stillen Entzündungen, das merken wir erst dann, wenn entweder ein Organ schon in Mitleidenschaft gezogen ist oder eben halt so in Mitleidenschaft gezogen ist, dass wir eben mal das Schmerzsensoren oder Schmerzrezeptoren angesprochen werden. Und das ist bei toten Zähnen in der Regel nicht der Fall. Es sei denn, sie bilden eine akute Entzündung aus, also ein Abszess, eine dicke Backe. Das tut richtig, richtig weh. Aber ansonsten ist so ein wurzelbehandelter Zahn, der belastet ist oder auch der den Organismus belastet, ist schmerzlos. Das ist unsere große Krux. Und da wir ja, wie Beate und ich auch, Testverfahren haben, mit denen wir das nachweisen können, dass dieser Zahn eben halt eine Störung verursacht, sind wir sehr dankbar und sehr glücklich, dass wir diese Testverfahren haben, damit wir den Patienten helfen können. Aber weißt du, du machst, ich erkenne gerade was, was mich eigentlich zutiefst erschreckt. So wie du das jetzt super erklärt hast, dass du den Darm dazu gezogen hast und wir eigentlich ja, wenn wir alles mitbekommen würden, dann würden wir uns nach jedem Essen krümmen, vor Schmerzen. Mir wird gerade im Moment klar, dass ja auch ein Darm, das ist ja unser tägliches Brot, dass ein Darm, der nicht funktioniert, der Patient merkt nichts davon. Seine Darmflora ist am Arsch, ist nicht gut, weil er sie zum Beispiel durch Ernährung oder auch schuldlos, durch Stress, hat er seine Darmflora so geschädigt, dass seine Immunabwehr nicht mehr richtig funktioniert und er merkt davon nichts. Er merkt nur die Folgen, dass er nämlich dauernd krank wird oder auch das Thema, was ich jeden Tag in der Praxis habe, Übersäuerung. Übersäuerung, merkt der Patient erst, wenn er Neurodermitis bekommt oder wenn er Migräne bekommt oder die Muskeln so verhärten, dass er nicht mehr rückwärts und vorwärts kann. Das heißt, auf der einen Seite ist der Körper offenbar, der sagt, pass mal auf, ich trage dich bis hierher und noch weiter und noch weiter, aber wenn dann Schluss ist, kriegen wir keine rote Linie gezeigt, sondern dann werden wir krank und dann gucken die Leute sich erst um und überlegen, okay, wo könnte das jetzt daherkommen? Was ist denn da die Schlussfolgerung? Meine Antwort wäre dazu, ausbilden, 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 dass es noch immer mehr Leute wissen. Ja, richtig. Ich meine, zurückzukommen auf den Darm, das Darmwand-Nervensystem hat mehr Nervenzellen wie das Gehirn. Das muss man mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben Mikroben, das Mikrobiom im Mund und auch im Darm wird gesteuert letztendlich von Mikroben. Wenn wir falsche Sachen essen, dann ist das deswegen, weil unser Darmwand-Nervensystem Informationen bekommt von den Bakterien, die sagen, du musst zu dem Schublade, wo die Schokolade drin liegt. Das musst du jetzt tun und du musst dann in den Kühlschrank was Süßes essen. Ja, weil die Bakterien diese Informationen ans Gehirn geben über das Darmwand-Nervensystem und wie gesagt, wie schon gesagt, die Schmerzsensoren sind im Darm so gut wie null. Bei den Zähnen, wenn es direkt und schnell der Karies an den Nerv rangeht, dann merkt man das akut und heftig oder wenn der Zahn noch lebt. Wenn ich dann, wie du erzählt hast, was Warmes trinke, was Kaltes trinke, da kann ich an die Decke springen. Es gibt fast nichts Schlimmeres wie Zahnweh. Aber wenn es ein chronischer Prozess ist, so eine schleichende Entzündung, das merkt der Körper nicht, weil er einfach gegenreguliert. Sonst würden wir, wie gesagt, nur noch schreiend herumlaufen und das ist meine Begründung dafür, warum das so wichtig ist, wie du gerade gesagt hast, dass wir Kollegen ausbilden, die lernen, da hinzuschauen und einfach herauszufinden, es gibt Stuff Connections und die gibt es ja und ist dieser eine Zahn oder sind mehrere Zähne an diesem Krankheitsbild des Patienten beteiligt. Also ich habe so das Gefühl, ich war jetzt auch gerade, ich habe dich ja in Baden-Baden bei der Ärztewoche getroffen und du bist ja, man muss sagen, also hier für alle Zuschauer, Dirk Schreckenbach war vorher in Chicago, weil er dort an einem Seminar teilgenommen hat und einfach dort zugange ist und er ist extra und ich war eigentlich sehr gerührt für seinen Vortrag in Baden-Baden zurückgekommen und hat sein Seminar gekürzt und abgebrochen, also kompatibel gekürzt und kam extra dafür nach Deutschland. Das heißt, ich sehe, wie wichtig dir dieses Thema ist und wir sind ja jetzt eigentlich beide Oldtimer. Und wenn ich so, wenn ich so, wir haben aber noch was vor uns, weil wir müssen noch weiter ausbilden, nämlich die Kollegen in diesen Methoden und wenn ich so, ich will nur zwei Sachen sagen. Das eine ist, ich habe in Baden-Baden nicht so umgeschaut und da gibt es diese Methode und dann die ganzen Firmen, die Nahrungsergänzung anbieten und, 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 und. Das ist alles gut und schön, aber wenn, ich sehe das jetzt gerade so als Vergleich, wenn du ein Loch im Dach hast und es regnet rein und dir bieten tausend Firmen jetzt verschiedene Eimer an, die du drunter stellen kannst, dann ist das nicht dasselbe, als wenn du tatsächlich das Loch findest. Ich zum Beispiel jetzt und er auch gehören zu den Leuten, die finden das Loch. Wer es dann repariert und ordentlich behandelt, das ist dann er. Das ist so jemand wie er. Deshalb vermisse ich ihn auch so, denn er war in der nächsten Stadt zu mir und ich war ja auch selbst Patient dort und plötzlich war er nicht mehr da. Also wenn du dann mal in Dubai feste Füße gefasst hast als Zahnarzt, dann werden die Patienten auch dahin kommen und ich sage dir, die Leute gehen dahin, wo gute Medizin ist. Das ist mal das eine und das andere. Wir müssen weiter ausbilden und das Interesse der Kollegen ist riesig. Ich habe ja gesagt, wir haben jetzt diesen großen Laser am Start, 90 Watt, wo man den einen oder anderen Wurzelbehandel einfach auch drin lassen kann. Ich würde sagen, ich würde Folgendes sagen, wir machen jetzt noch so zehn Minuten und darf ich dich hier bitten, dass wir danach einen Folgefilm machen, denn du hattest mal erwähnt, Zähne und Emotionen haben ein Thema und ich schlage vor, dass wir daraus einen Extra-Film machen, dass wir nicht alles hier so reinpacken und der Zuschauer geht dann so raus, weil er gar nicht mehr weiß, was er tun soll. Was wäre denn jetzt so für dich die Konsequenz, die du den Zusehern raten würdest oder mitgeben würdest? Was sollen sie tun, um nicht in diese Falle zu laufen? Also meine Idee wäre zum Beispiel, es damit zu rechnen, dass es ein Zahn sein könnte. Also das wäre die einzige Idee, die ich jetzt so hätte. Also auf jeden Fall würde ich den Leuten empfehlen, die noch über eigene Zähne verfügen, das muss man ganz salopp auszudrücken, wobei auch Zahnersatz ist ein Thema, das können wir gerne beim nächsten Mal dann ansprechen. Wenn Menschen Wurzelbehandlung haben, dann sollten sie in jedem Fall aufmerksam sein. Es gibt mittlerweile sehr gute diagnostische Methoden, auch in der, ich sage einmal, schulmedizinischen Zahnheilkunde. Und zwar benutzt die Kollegen, die Implantate setzen, benutzen dieses dreidimensionale Röntgen. Das halte ich für sehr, sehr gut, weil es einfach, das Röntgenbild kann man wie einen Schinken quasi schneiden in verschiedene Abteilungen. Das normale Röntgenbild ist nur zweidimensional. Das bedeutet also, es ist nur eine Schinkenscheibe aus ihnen rausgeschnitten, ja, oder aus einem Zahn rausgeschnitten. Ich kann aber nicht sehen, wenn ich so einen Schinken mir vorstelle in der Theke vom Metzger, so ein schöner, neuer Parmaschinken, und ich möchte genau aus der Mitte eine Scheibe haben, links und rechts ist er schon schimmelig, weil er ist ja luftgetrocknet und dann schimmeln die manchmal schon. Hat über die Qualität zwar nichts zu sagen, aber ich sehe, dass das Schimmel ist. Das sehe ich auf dem zweidimensionalen Röntgenbild nicht. Ich sehe nur die mittlere Scheibe, die wunderschön ist. Beim dreidimensionalen Röntgenbild sehe ich aber auch die schimmeligen Teile am Ende und am Anfang. Das heißt also, die Diagnostik ist wesentlich besser. Auch da ist immer noch nicht 100 pro klar, ob ein Zahn entstöffelt ist oder nicht, aber es ist ein Hinweis, weil, und jetzt kommt der Casus knacktus bei Röntgenbildern, das hat der Kollege Lechner in München herausgefunden, erst wenn über 30 Prozent, das ist also ein Drittel der Knochensubstanz, durch diese chronische Entzündung hin ist, dann sieht man etwas auf dem Röntgenbild. Bei den dreidimensionalen Röntgenbildern ist das etwas besser. Da liegt die Quote so bei zwischen 20 und 25 Prozent, immer noch sehr hoch, aber deutlich besser. Das bedeutet, das würde ich schon mal machen. Dann würde ich in jedem Fall empfehlen, einen Kollegen oder eine Kollegin aufzusuchen, die sich mit ganzheitlicher Zahnlehrkunde oder mit Akupunktur und Störfeldsuche beschäftigt, dass man da hingeht und sagt, hier habe ich, keine Ahnung, fünf verschiedene Wurzelbehandelte Zähne. Können Sie mal gucken, bitte, ob da irgendwas ist. Dann gibt es verschiedene Testverfahren. Können wir auch das nächste Mal machen. Kann man direkt am Stuhl machen. Tut nicht weh. Ja, ist ein Test, wo eine Papierspitze zwischen Zahn und Zahnfleisch gesteckt wird. Die Papierspitze saugt Flüssigkeit ab aus der Zahnfleischtasche. Diese Papierspitze wird in Kontakt gebracht mit zwei unterschiedlichen chemikalischen Lösungen und die verfärben sich, wenn da Entzündungsprozesse am Laufen sind. Auch eine sehr, sehr wichtige Information. Also das heißt, ich brauche nicht gleich den Zahn rauszureißen, sondern kann erstmal mal die Information holen. Und das sind alles Sachen, die würde ich empfehlen. Das Zweite ist natürlich auch gucken nach tiefen Karies. Das auch gucken nach Zahnstellungsveränderungen. Ich kann mal gerade, was die liebe Kollegin gerade gesagt hat, hier ist zum Beispiel mein zweites Buch, was ich geschrieben habe über Zähne und Psyche. Über das Thema habe ich auch in Baden-Baden referiert. Und zwar ging es da um das Thema Angst und Zähne, wie man Angst im Mundraum und an den Zähnen erkennen kann. Das ist ein Buch, wo diese Sachen bearbeitet werden. Wird jeder einzelne Zahn durchgegangen? Nicht alles verraten? Nicht alles verraten? Nein. Das ist der Teaser. Da könnt ihr alle schon mal gucken, wenn ihr euch dafür interessiert. Absolut spannend. Ich möchte euch auch darauf hinweisen, Dirk Schreckenbach hat einen Artikel geschrieben in der letzten Patientenzeitschrift, der Zeitschrift 3-23. Und die findet ihr unter akupunktur.de. Ich blende gleich mal diesen Schriftzug ein. Dort geht ihr auf Patienten und dann geht ihr auf Patientenzeitschrift. Und dort hat ihr einen genialen Artikel geschrieben über Zahn und Psyche. Mein Vorschlag bleibt trotzdem, dass du mir noch einen weiteren Film versprochen hast. Ja, genau. Blende jetzt mal endlich dein Buch ein. Das Erste, was du gemacht hast. An jedem Zahn. Hast du es? Das habe ich. War ein ganz kurzer Moment. Ich blende das hier ein, weil da ist der Link unten drunter. Da sind alle meine Bücher, falls sich jemand schon für interessiert, abzurufen. Das ist bit.ly-zahnexperte-links. Da werden alle Sachen aufgeführt. Können wir später vielleicht noch mal im Video verlinken und einfügen. Und mein erstes Buch, Moment, da muss ich das Bild gerade, das ist verschwunden. Aber sag mal, ist das nicht ein bisschen provokant? Da habe ich gerade gelesen, was Sie bei 90 Prozent aller Zahnärzte nie erfahren werden. Fallen die Zahnärzte da nicht mit Schuh und Strümpfen über dich her? Oder ist das der Grund, warum du Deutschland verlassen hast? Nein, das ist nicht der Grund, warum ich Deutschland verlassen habe. Nein, definitiv nein. Aber wie reagiert denn die da drauf, wenn du sowas sagst? Ja, das ist einfach ein bisschen provokant. Aus dem Grunde, weil sich eben halt auch die Kollegen dann vielleicht ein bisschen besser mit diesen Sachen beschäftigen. Weil, ja, es ist, ich wollte mal, ich teile mal gerade das Bild für mein anderes Buch. Das erste Buch da. Das erste Buch. Jetzt habe ich das wieder. Doch, da ist es. Jetzt. Das ist mein erstes Buch. An jedem Zahn hängt immer auch ein ganzer Mensch. Ich kann es nur empfehlen. Also du gehst auch in dem Buch so emotional da dran. Du erzählst Geschichten. Und Geschichten sind ja das, wie man sich die Sache merken kann. Ich selber bin ja auch ein Geschichtserzähler, in dem ich Fälle aus der Praxis immer zeige. Dein Buch liegt bei mir im Wartezimmer. Die Flyer liegen da. Und wenn jemand mehr erfahren will, dann drücke ich denen die Flyer in die Hand. Und dieser Link, das hast du gut gemacht. Ich hatte dich ja vorher auch ein bisschen geschubst, dass du all deine Informationen in einen Link zusammenpackst. Genau, da ist er nochmal. Ja, gib den nochmal rein. Wie gesagt hast, ja. Und hier hast du, in dem Link ist übrigens auch die Möglichkeit drin, dass man bei Dirk Streckenbach eine Beratung bucht. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Man kann bei dir Beratungen buchen und das interessiert ja auch in dieser ganzen Corona-Zeit sind wir ja digital nach vorne geschossen. Das ist ja gar keine Frage. Ich sehe das in Coachings, die sehr intim sind, obwohl man sich gegenüber sitzt. Der Vorteil bei Online ist, dass man seinen eigenen Stuhl benutzen kann und auch noch seinen Tee dazu trinkt. Hast du denn die Beratungen, die können ja weltweit stattfinden. Das finde ich spannend. Egal, wo du bist gerade unterwegs und passt gut auf dich auf, denn deine Missionen, die musst du ja noch weiterführen. Das würde ich darauf hinweisen wollen. Und auch du hast ein Seminar dort drin, was man auch buchen kann. Ein Webinar, also für Menschen, die sich dafür interessieren. Und ich weiß, dass unter den Zuschauern Kollegen sind und auch Zahnärzte. Hättest du, Dirk, in deinem Fundus jetzt gerade, da wurde ich letztes Mal nach dem Film 166 angesprochen, hast du so eine Übersichtskarte gerade mal, die du einblenden dürftest, zum Beispiel nach Voll und Kramer. Ist sowas in deinem Fundus drin? Boah, das habe ich, da bin ich aber jetzt auf dem falschen Bein erwischt. Das muss ich jetzt ersuchen. Dann verweist ich mal darauf, dass Dirk Schreckenbach wird für uns in der nächsten Patientenzeitschrift 423 wieder einen Artikel schreiben über Zähne. Und ich habe vor, dort eine solche Tafel über zwei Seiten einzuführen. Also nochmal akupunkturpunkt.de und dann geht ihr oben auf dem Reiter Akupunktur-Patienten und dort auf die Bibliothek. Und dort bindet ihr die Zeitschriften. Und die Zeitschrift 423, da sind noch viel mehr andere, gute Informationen drin. Die Zeitschrift 423, die wird einen neuen Artikel von ihm enthalten. Und sie wird diese Karte enthalten. Ich denke, Voll und Kramer haben nichts dagegen, dass ihre Karte mit voller Namensnennung dort veröffentlicht wird. Ja, ich finde auch meinen, ohne jetzt Schleichwerbung zu machen, nur einfach, ich kann das gerne raussuchen. Ich habe das nur nicht im Augenblick parat, diese Tabelle. Gib es mir nachher und ich finde das so voll ein, dass du nicht mehr, dass du gar nicht mehr gesehen bist für zwei Minuten. Das ist gut. Machen wir das gleich. Weil diese Abbildungen sind auch in meinen Büchern drin, weil das einfach wichtig ist. Man muss immer wieder dann da hinschlagen können und vergleichen können, was ist denn da, welcher Zahn geht denn da hin? Ah, ich habe hier schon seit Jahren Ellbogenprobleme. Tennis-Ellbogen, sagt mein Orthopäde. Ja, vielleicht ist es tatsächlich einer von den Lunge-Dick-Darm-Zähnen, der da Wurzel behandelt ist und Schwierigkeiten macht. Und noch eine Geschichte möchte ich noch erzählen, ganz kurz. Also wenn eine Frau hier mit zuschaut, die vielleicht eine sehr unschöne Brusterkrankung hat, dann sollte sie immer darauf achten, ob sie Wurzelbehandelte sechster Zähne hat, also sechste, also die ersten Backenzähne. Also ich habe in meinen 40 Jahren, wo ich jetzt in der Praxis bin und jetzt 35 Jahre ganzheitliche Zahnmedizin mache, ich habe noch keine einzige Frau mit Brustkrebs gesehen, die nicht einen wurzelbehandelten Sechser hatte. Oben wie unten, egal. Das ist jetzt keine Drohung oder keine Panikmache. Es geht einfach nur darum, sich bewusst zu machen, dass der Magenmeridian über die Brustwarze läuft. Bei Männern übrigens genauso. Es sind nicht nur Frauen, die Brustkrebs haben, Männer auch immer mehr. Und da einfach darauf achten, weil dieser erste Backenzahn, der sechster Zahn, ist der erste Backenzahn, der uns nach unseren Milchzähnen in unser neues Leben begleitet. Und der hat also die längste Standzeit, wenn man so will, im Mund. Und darum hat er auch natürlich sehr häufig Karies. Und bitte auf den ganz besonders achten, gerade bei den Frauen. Es ist einfach wichtig, dass man auf seine Zähne achtet. Aber ich meine, das ist jetzt nur ein Placebo, was ich hier erzähle. Keine Frage. Ich würde dazu, jetzt kommt mir gerade eine Erkenntnis, Dirk, wo du den Sechser bei Brustkrebs erwähnst. Der Sechser ist ja auch der Zahn, der mit der Leber verbunden ist. Und die Leber und unterdrückte Wut hat ja was miteinander zu tun. Und wenn die Leber überlastet ist, schädigt sie den Sechser. Und wenn der Sechser ein Problem hat, schädigt er die Leber. Also weiß er besser. Und bei den Karzinom-Frauen sehen wir häufig, dass es Frauen sind, die sehr, sehr viel für die Gemeinschaft tun, die vollkommen überlastet mit drei Kindern, alleinerziehend im Kindergarten noch hier sagen, wenn die Frage ist, wer macht einen Kuchen für das nächste Wochenende? Also diese ihre Grenzen. Und gleichzeitig folge ich dir natürlich, wenn der Zahn mal beherdet ist, muss er weg, muss er insgesamt weg. Mein Vorschlag ist, dass du uns jetzt noch gerade sagst, wie wenn Zeit, Geld, Raum und Möglichkeiten keine Rolle spielen würden, Dirk. Und du könntest das Medizinsystem revolutionieren. Ja. Und du könntest alles tun. Und Politiker würden dir nicht in die Quere kommen und Geld würde auch keine Rolle spielen. Ja. Wie würdest du es verändern? Also gerade im Sinne von Zahnherde, wie ernährt sich jemand, was macht jemand? Was ist für dich eine plausible Möglichkeit, einen Menschen abzuholen, dass er was ändert und nicht erst bei Beschwerden kommt? Das war ja auch dein Ausblick in die Naturheilkunde. Wie gesagt, dir stehen alle Mittel dieser Welt zur Verfügung. Du dürftest es jetzt umsetzen. Was würdest du umsetzen? Also zunächst einmal würde ich das Ausbildungssystem für uns Zahnärzte und Ärzte komplett ändern. Das würde ich mal zuerst machen. Wie? Also ich würde das so machen, wie es früher war. Früher haben die Ärzte studiert Philosophie, Theologie, Astronomie, Astrologie und Medizin. Okay, ich mache es nicht mehr. Doch, doch, du mag es noch. Dann würde ich noch dazu einführen, dass diejenigen Ärzte und Zahnärzte, die Arzt werden wollen, mindestens ein Jahr lang Dienste machen im Krankenhaus und zwar an allen Patientenbetten. Also frisch operierte, chronisch Kranke, psychisch Kranke und vor allen Dingen auch Sterbende. Und wenn sie dann noch den Beruf des Arztes weitermachen wollen, dann sollen sie das bitte tun. Aber ich werde konfrontiert und jetzt bitte ich die Kollegen um Verständnis, aber ich werde konfrontiert teilweise mit so viel medizinischen, ich sage es einfach so, wie ich es meine, Fachidioten, die den Menschen nicht mehr als Menschen sehen, sondern nur noch als Magen, als Leber, als Galle. Und wir haben in den Kursen und ich habe in meinen Kursen auch so viele Chirurgen sitzen, die sagen, ich habe die Schnauze so voll, wenn ich morgens in meinen OP komme und zwar, was ist denn da? Da liegt die Galle für Sie, Herr Professor oder Herr Doktor. Ich sage, ich will aber nicht wissen, was die Galle ist. Wie heißt der Patient? Wo kommt er her? Was hat er gemacht? Warum ist ihm die Leber oder die Galle übergelaufen? Genau das. Das heißt also, mit dem Thema Philosophie und Psychologie, was ich in meinem zweiten Buch erwähne, also einfach der Kontakt, der emotionelle Kontakt zum Patienten ist meiner Ansicht nach komplett verloren gegangen. Jetzt auch durch die letzten zwei Jahre sowieso noch mehr. Das Digitale hat uns zwar sehr geholfen und hilft mir auch bei meinen Online-Beratungen. Die Leute sind einfach viel offener. Sie können, so wie wir beide jetzt einen Zoom kommen, können wir machen und die Leute können einfach frei von der Leber weg erzählen. Sie haben nicht die Angst, dass ich gleich den Bohr in die Hand hole und loslege, sondern sie können einfach von sich erzählen. Und der Arzt ist die Hälfte der Medizin. Das Vertrauen zum Arzt. Und da verweise ich auf dein Buch, liebe Beate, die Liebe, rettet die Liebe. Die Partnerschaftsliebe ist shit egal. Es geht um die Liebe zu den Mitmenschen und die Liebe zu sich selber. Und solange wir als Ärzte das nicht haben, die Liebe zu uns selber, können wir auch nicht die Liebe zu anderen Menschen aufbauen. Und das wäre dringend in der Medizin, in der heutigen Medizin weltweit notwendig. Und auch wenn ich da jetzt, ne, ich kriege da keine Schwierigkeiten. Warum? Es geht um die Liebe. genau. Das ist ein cooler, cooler Abschluss. Und Dirk, wir setzen jetzt mal die Aussicht auf ein nächstes Video, wo es um Zähne und Emotionen geht. Ich bin gerade sehr tief angerührt, weil ich so spüre, wie tief du Recht hast, dass Philosophie tatsächlich und Liebe so ein wichtiger, wichtiger Punkt ist. Und vielleicht ist es dir ja auch schon so gegangen, du arbeitest intensiv mit einem Patienten und am Ende guckt er dich an und du merkst, da ist eine Liebesbeziehung entstanden. Das heißt, da ist eine Emotion für den Patienten und das kommt von ihm auch zurück. Also dieses nicht nur Dankbarsein, sondern ich werde gesehen. Und von meiner Seite als Arzt, oh vielen Dank, ich durfte dich sehen. Und dein Beispiel mit dem OP und der Galle, wundervoll. Dirk Schreckenbach, ich danke dir sehr. Wink mal allen Teilnehmern und mach ihnen Mut, dass sie daran denken, wenn du das nächste Mal was hast. Guck mal, ob es vielleicht doch ein Zahn ist. Wir beenden das Video jetzt und freuen uns auf das Nächste. Ich danke dir sehr und wünsche dir eine gesunde, eine gesunde, gute Zeit, dass du dein Wissen wie ein Virus verbreitest. Dankeschön. Mach's gut. Danke dir vielmals, Beate. Danke dir.